Hallo und jetzt willkommen zurück zu einer neuen Verwärtspläne wie wir Alles Pult Hey wir haben gerade den Akku abgegeben Ok und sterben nochmal, es macht doch Spaß Geil, nachher Auf ein neues, auf ein neues Vielleicht versuchen wir dann gleich auch nochmal den Wein zu holen damit es mal nicht geklappt hat Oh was ein Respawner Hm 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 Wildbred So Wir sind geleckt Hm, ich glaube jetzt müssen wir einen kleineren Motor holen Schaut und rauch So mein Freund So mein Freund Jetzt Pult aber bitte nicht alles Geht Jetzt auf einmal weiter und stürmt es da an und erstmal auf Höhen und dann Ja 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 Vaal. Wartier hab ich jetzt einfach mal auf den Boden geschreit. Oh, hab ich jetzt schon mal die Mousse gemacht, ja. oh man ich verstehe es gerade nicht von woher auf einmal ein anderer ganze treat kam unglaublich schicken wir noch ein paar gehen noch guckt sich nicht alles polo extra kurz auf so netter eingestellt muss ich gerade sagen kein blödsinn die 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 akku aufbauen ja ich hoffe das ist schön schön jetzt haben wir den Schlüssel und können das Ding losschicken oh man, was ne gewollt jetzt nix wie raus hier aber ganz schnell so wenn das funktioniert also wenn wir die abgegeben haben, gehen wir nochmal hinten tauchen vielleicht kriegen wir die Kiste dann öffnet die und wir sind freundlich dann dann da auch noch was abgeben jawohl Willkommen Fahrt mit euch und hier ist der Russenmeister und auch die shopper kaufen ja die war richtig cool oder ist immer noch cool dafür muss man Ingenieur sein aber wenn man die dann immer hatte konnte man dann erst mal einen mitnehmen etwas später meine ich kam dann auch und wir haben einen Freund ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob die am Anfang hatte die Rakete so dass wenn man einen runtergeschmissen hatte was man immer noch kann der noch kein falsche runtergeschmissen ist weil der Tod ist sei der nicht dann noch wieder das schlug hat 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 was hier glaube ich auch nicht möglich ist dass man sich den Tick holen kann und einfach Titel war ich auch ewig hier aber ich habe ihn leider nie bekommen auch wenn ich mich ziemlich bemüht habe Quest zu machen weil ich hatte damals Questreihe angenommen aber kam dann noch irgendwie zu zwischenpads dann werden Ich habe mit geendet geschrieben, ich sag das nicht. Ich habe das Leiter und so weiter dann weggemacht. Ja, jetzt am wein. So, sehr gut, sehr gut. Komm. Oh, er ist fast hübschig. So, gut. War doch nicht. Wie geht's? Sieh sich. Okay. Dieser Tick. Ich glaube, in der Valiance-Festung waren wir ja schon, als wir die Kugel benutzt hätten. Hallo? Auf dann. Ach ja, die Sehne mit der Quest. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sie so gibt. Also hier schon, aber man ist DJ oder so. Das ist wie damals die Hol-und-bring-Quest für Onyxia. Da braucht man ja auch so eine Pre-Quest quasi, um Onyxia-Sort nachher zu machen. Da muss man auch hin und her durch das Schloss laufen und... Oh, das war furchtbar. Braucht ihr etwas? War genau wie, ähm... Auf dann? Genau. Wie hieß denn das, ähm... Für Pestschwingen-Abstieg oder Hort? Pestschwingen-Hort? Die sind schon gerade. Leider für ein Knüppelchen. Stimmt, ein Herd oder so. Was kann ich für euch tun? 3,77 sind alle, ne, ja Schön Quasi da könnten wir Wir gehen erst da hin Dann müssen wir fliegen Ach ja, ist wirklich so ne Erde hier Ich glaube diesen Captain Eagle muss man für Ah, wie hießen die denn, ähm Für diesen Tierschutzbund hier Töten wir, guck mal Ich meine nämlich, da können wir jetzt die Quests auch annehmen, ja Kann nicht behilflich sein Wie darf ich nicht Genau Ohrenfauchen mal Inhalte Manuel Lücke die Sohn Handringen gehört zu können Verschiefst So, dann haben wir wieder ein bisschen was zu tun Vorhin gehen mit der vorne noch die Quester das waren glaube ich die komischen Robben von den Robben kriegen wir nachher also Karuak heißen sie meine ich kriegen wir später wenn wir eher feuchtig sind bei denen auch eine Angel eine epische Angel Prozent das ist damals auf eine gewünscht hatten die Kaluak als Spielwache Klasse Rasse aber das kam weiß nicht ob sie das irgendwann mal implementieren wollen wär aber cool ja muss ich sagen wär cool und es gab noch keine zusammengesetzten nicht vom ganzen Account sondern nur für jeden Charakter Erfolgspunkte wo ist die Sache die das jetzt mittlerweile in Helden hat das gibt's gar nicht mehr das gibt's auch nicht mehr weil es ja diese Skill nicht mehr gibt hier die Tasche die kann man sich noch kaufen für 3000 Gold das war damals eine richtig große Menge an Geld oder ein Gold oder ein Gold oder ein Gold oder ein Gold ich hätte da mal ein paar bekannte die haben sie auch Gold gekauft kann man verkaufen also auch zu und haus mäßig naja okay ich würde sagen wir sind uns in den nächsten fall gewinnt wieder heißt let's play wie war of the lich king oder so wird vielleicht mal gucken bis dahin ist dann noch um da wenn es gefallen hat lasst ein abo da teilt das video gerne in der nächsten folge auf wieder gesehen